So, da bin ich wieder, euer Czerny mit Raft. Ich bin heute leider ein bisschen erkältet, aber ich habe gedacht, machst du trotzdem mal ein Video, weil du gerade Bock drauf hast. Ich weiß gerade nicht so, wie mein letzter Stand ist. Ich habe das auch nicht so auf dem Schirm, will ich auch gar nicht großartig. Ich habe jetzt kurz so 10 Minuten gespielt, habe jetzt wieder an einer Insel festgemacht hier. Da werden wir gleich mal ein bisschen hochklettern. Ja, und dann schauen wir mal, was da oben so gibt. Und natürlich werden wir das auch unter Wasser abfarmen. Ja, die Altbewährte-Methode mit der Schrägen. Das hatten wir ja schon mal. Das hat sich schon mal erklärt. Die Programmierer haben ja eigentlich versprochen, dass es einen Update gibt, aber ich habe nichts Neues finden können irgendwie. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwie neue Inseln oder so, aber die haben auch nicht wirklich gesagt, was ist Neues. Da steht irgendwie Join our Discord to... Dann muss ich auch weiterlesen klingen und dann werde ich verbunden irgendwie auf eine andere Seite. Keine Ahnung. Hier gibt es ja immer schöne Rüchte. Ja, was könnte es denn Neues geben? Also, schön wäre natürlich, ich hätte mir ja damals gewünscht, irgendwie so einfach mal... Es kann ja nicht sein, dass du der Einzige auf der Welt bist, weil die Welt ja überschwemmt wurde. Und, ähm... Ja... Durch... Was weiß ich? Keine Ahnung. Ein Atomkrieg oder irgendwas. So ein Endzeit-Szenario. Steine brauche ich, okay. Ähm... Ja... Na komm, bestimmt nur ein paar Kokosnusser dazu, aber dann haben wir sie schon mal los. Das kann noch rein. Das Schrott ist gut. So... Also, keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch den Forschungstisch nochmal aufbauen und mal gucken, ob es irgendwas Neues zu erforschen gibt. Aber, ähm... bisher habe ich nichts gefunden. Ich hätte mir das eigentlich jetzt fest vorgenommen für heute, weil das Update war für heute geplant. Ich meine... Kann natürlich sein, dass es im Laufe des Tages noch kommt. Aber, äh... Ja, da oben komme ich jetzt noch nicht hin. Wollen wir gucken, ob wir hier um die Insel rum sind. Ne... Ne... Kein... Kein Weg nach oben. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt... Keine Ahnung, jetzt wird am Patchen. Äh... Ein bisschen Eisen schmelzen. Ich habe hier auch, ähm... beim Entwerfen des Floßes... einen kleinen Fehler gemacht. Nehmen wir hier noch so viel frei. Ja, nach oben kommen wir jetzt leider nicht. Also, das ist, äh... von hier aus auch nicht mehr möglich. Dafür werden wir dann tauchen. Dann werden wir uns nochmal eben eine Angel herstellen. Jetzt haben wir keine Planken mehr. Also, äh... Okay. Dann sollten wir die hier wieder kaputt machen. Oben war ja nichts mehr. Jetzt haben wir eine Angel. Ja, dann fragen wir die jetzt. Entschuldigung, wie gesagt, ich habe mir gestern irgendwie eine Erkältung eingefangen müssen. So hat ein bisschen... Entwickelt sich gerade ein bisschen. Ach, ein bisschen an den hier. Für den Haiköder jetzt. Wir haben irgendwie versprochen, dass sie irgendwie hier steht, ähm... It's nearly time we will be updating the game with over ten new features. Also, zehn neue Sachen. Ich habe hier ja nichts. Dann muss... Hier steht irgendwas zweiterzehnter. So, the huge update will hit next Thursday. Also, next Thursday wäre ja vom zweiten zehnten aus heute. Habe ich doch recht, ne? Neunte. Zehnte ist heute. Ja, macht mal hin, ne? Die Uhrzeit steht da leider nicht bei. Da ist aber noch... Ist ja gerade mal elf. Ja. Ist mal ratsam, die Angel ganz weg zu angeln. Auch wenn man jetzt, äh, Fischbruder hat, dann kann man sich... Da hat man nachher nicht das Problem, wenn man, ähm, jetzt wieder einen, äh, Haifischköder braucht. Oder einen Haiköder. Ähm. Dass die Angel dann nach dem dritten Mal reinwerfen kaputt geht und man muss sich eine herstellen und man hat dann aber keine. Okay, dann stellt man sich jetzt gleich dann eine her im Anschluss. Und dann... Da hat man was erledigt. Also, vorausgesetzt man hat, äh, genügend Holz halt, ne? Was jetzt bei mir nicht der Fall ist, aber... Ist immer schon gut, wenn man bereit ist für die nächsten Aktionen auch. Spart man sich eine ganze Menge Zeit. Und bei mir war das eben mit eingeplant und gerne. Sonst hätte ich... Sonst kann man auch immer noch, wenn man keine Planken hat, zum Beispiel, ähm, sein Floß zerlegen an den Stellen, wo man es jetzt nicht unbedingt braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine zweite Etage hat, dann nimmt man einfach hier so ein paar Teile raus, wo nichts draufsteht und dann, äh, dann hat man ja, kriegt man ja schon mal zwei wieder. Oder, äh, die Hälfte von dem, was es, äh, gekostet hätte. Was soll er denn jetzt? Warum haben wir denn schon mit dem Fisch, ja? Ich muss mir jetzt zwei Stück herstellen. Aber ich verangele die jetzt noch. Und dann ist sie weg. Ach, dann. Müssen wir das Inventar leer machen und dann geht's ab unter Wasser. Ist ja jetzt wasser kaputt. Flasche haben wir noch. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch, ähm, die Flassen hinkriege. Seetan. Ich muss gucken, ob ich den habe oben in der Kiste. Dann könnt ihr auch mal darüber schwimmen, ne? Zu den kleinen Floß. So, hier ist nichts. Auch kein Seetan. Hier sind sieben. Ich glaube, sechs braucht man dafür. Und sechs davon. Ja, genau. Dann hat man noch Schmachflossen. Ist ja schön. Können wir auch dementsprechend tief tauchen. So, jetzt müssen wir ein Blöder herstellen. Der war hier. Zwei sogar. Das war auch nicht schlecht. Äh, da. Das brauchen wir noch nicht. So, lass ich abbeißen. Jetzt hab ich keine Zeit dafür. Gerade nicht. Wobei, das können wir eigentlich mal drin lassen. Die Kartoffel kann auf den Grill. Dann ist sie erstmal aus der Range. Oder aus dem Inventar. So, dann müssen wir gleich noch essen. Das ist nicht schön. Und der Fisch muss eigentlich auch noch hier mit drauf. Dann machen wir das nämlich auch gleich weg. So, dann haben wir wieder Platz im Inventar. Der Eisenbrück kann noch raus. So, dann brauchen wir neue Pike. Haben wir kein Holz für. Wir werfen jetzt einfach mal einen Heikköler. Also noch Eier. Genau, ich wollte hier noch was essen. Können wir auch gleich noch neues Wasser machen. Haben wir das nämlich auch schon erledigt. ab in den Destillierer hier. Zwar jetzt unter Wasser kann es, aber das brauchen wir ja nicht. Wir haben hier voll. Dann schmeißen wir mal hier. Guck mal, gerade der Bruce. Schauen wir mal eben darüber. Dann ist natürlich wahrscheinlich ein Heikköler weg. Aber da ist auch eine schöne große Kiste drauf. Die uns vielleicht ein bisschen voran bringt. Brauchen wir nur nicht mal draufsteigen. Na schön. Ah, das können wir vielleicht noch schaffen, hä? Oh, da steht eigentlich auch noch eine schöne Kiste drauf. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir hier genau brauchen. Also, äh, das wäre natürlich, hier unten ist glaube ich, ein Schrott können wir brauchen. Genau, Schrott nehmen wir mit. Aber natürlich nur den. Ja, das ist auch nicht so geil. Hier unten ist glaube ich auch noch eine Kiste irgendwo. Kupfer braucht man genau. Für eine neue Batterie. Noch macht der Hai da rum. Ist auch noch Eisen, aber hier ist eine Kiste drin. Den nehmen wir uns jetzt mal mit. Ah, jetzt kommt der Hai schon wieder. Ja, ich komme ja schon. Nach der Schaft. Ist auch schön. Jetzt, ähm, haben wir glaube ich so eine kleine... Also, ich habe das mal ausprobiert, ähm, dass es wirklich so ist, dass wir... Okay. Wir haben eine Planke. Ach, da waren ja welche dran. Okay. Ähm, dass wir wirklich so ein bisschen Zeit haben, bis der Hai wirklich wieder Hunger hat. Weil er frisst jetzt den Haiköler nicht. Da müssen wir halt ein bisschen warten. Also den nächsten Hai-Köler. Da können wir nämlich erstmal schlafen gehen. Das hat natürlich auch keine Auswirkungen jetzt eigentlich. Weil das, äh, haben die Programmierer ja nicht, äh, nicht richtig gemacht irgendwie. Ja, wir gehen erstmal schlafen jetzt. Wann ist das erledigt? Beziehungsweise können wir noch was auffüllen. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt haben wir glaube ich 31 Tage oder 32 Tage Überlebenskampf hinter uns. Ähm, das ist auch fertig. Wir können nochmal... jetzt brauchen wir nämlich Kupfer für eine neue Batterie, dass wir dann unser Radar wieder aktivieren können. Genau, so. Den Schrott tun wir in die Kiste. Das Essen tun wir in die Kiste. Da müssen wir gleich nochmal los was holen. So, jetzt haben wir wieder Platz im Kistchen. Ach, ich hab doch gerade gesehen, wir können noch ein Vogelnest bauen. Ähm, ne, können wir gerade nicht. Sechs Planken für ein Vogelnest. Oh, naja. Egal. Essen haben wir eigentlich genug. Jetzt können wir auch nochmal schnell was essen. Ja, ich weiß gar nicht. Äh, ich hatte glaube ich gesagt, äh, 15 bis 20 Minuten für ein Video. Das heißt, ähm, die Zeit ist gleich vorbei. Wir werden jetzt nochmal schnell tauchen gehen. Äh, ich guck mal eben, ob ich noch die Matz habe für eine neue Flasche. Das muss ich eigentlich noch haben, oder? Vier Stück davon von dem Glipper. Ich weiß es gerade nicht. Drei. Naja, toll. Okay. Ähm, ja, da müssten wir Seetang halt jetzt gleich einschmelzen. Beziehungsweise, wir werfen das jetzt erstmal rein. Seetang noch ein bisschen farmen. So, Bruce, schon wieder auf Angriffskurs. Ja, ne? Super. Also, Seetang ist ja hier in den, äh, hier haben wir noch ein bisschen Material. Gut. Sollte man eigentlich immer mitnehmen, weil das ist am einfachsten zu farmen. Genauso wie Muscheln kann man auch so einsammeln. Jetzt nehmen wir den Schrott noch mit. Der ist auch immer ganz gut für Nägel, wenn wir das Fluss noch nicht so weit fertig haben. Dass, ähm, dass wir keine Nägel mehr brauchen. Was war hier unten noch? Kupfer, genau. Kupfer war ganz interessant. Jetzt müsste die Flasche auch schon kaputt sein. Ja, genau. Dann möchten wir noch den Schrott hier mit. Aber das ist nicht so schlimm. Einmal auftauchen schaffen wir. Einmal auftauchen geht noch. Ohne Flasche. Mal gerne gesehen. Hier die Ärzte. Aber Schrott ist eigentlich im Moment viel wichtiger. Hier ist noch eine Muschel. Muscheln sind, äh, Oha, okay. Das war's dann wohl. Bin ja fast nach ganz oben gesprungen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich werde jetzt gleich noch ein Video machen im Anschluss. Ähm, nur dass die Videos halt nicht so lang werden. Einfach, äh, aus dem Grunde, man kann, äh, schnell mal einen Cut machen, wenn man sich ein paar Videos hintereinander anguckt. Ähm, oder es ist auch für mich ein bisschen besser, weil dann dauert das Uploaden nicht so hoch, beziehungsweise das, ähm, das Rendern. Ja, ähm, freue mich, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Cerny. Ciao.